Ich muss probieren, ob das funktioniert, dass der uns in der Bode drückt, mit seiner großen Tatze. Ja, und dann halt gucken, dass wir das irgendwie wieder bekommen. Wäre halt kacke, wenn wir jetzt neu laden müssen, weil ich nicht weiß, wo mich gesaved hat. Ganz ehrlich, wenn nicht, dann bauen wir halt ein neues, aber dann ist wieder was unter der Map, wo nicht dorthin gehört. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Bär, die nennt? Ohje. Vielleicht auf der anderen Seite, ich gucke mal ganz kurz, weil wenn jetzt, ja, die haben wir geliebt. Schade, dass ich ständig das nicht zuweisen kann, dass die das irgendwie jetzt aus dem Bode raushole oder so. Nein, absolut nicht, verdammt. Was ist, wenn ich hingehe? Ah, ja komm. Ja, es wird halt jetzt immer angezeigt, ne? Wir brauchen Bär. Wir brauchen Bär. Ist hier irgendwo ein Bär. Könnte Sinn, dass der wieder im Wasser ist, ne? Ah, ich will doch nur bauen, ich will doch einfach nur bauen. Ihr liebe Leid. Also ich gehe davon aus, da das Wasser, es wird zwar erkannt als Wasser, man kann hier an bestimmter Stelle halt trinken und so weiter, ne? Aber wenn ich jetzt hingehe, warte mal. Naja. Naja. Ja, es war mir klar, okay, hier funktioniert es nicht, aber dann halt weiter ohne. Ne, ohne das Wasser, da funktioniert es anscheinend. Hoffe ich mal. Hat mal funktioniert. Ah, muss ich denn jetzt wirklich da hochlocken? Schade. Müssen wir halt warten, bis es irgendwann so weit ist und dass, ne, dass der Fluss halt auch als Wasser akzeptiert wird. Und dann können wir auch angeln. Ja. Oh, moin. Komm. Ja, komm. Komm, brauch dich. Ja. Folg mir. Oh Gott. Nein, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Ja, genau das wir, genau das, genau das. Los, go, 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 go. Ja, what the f... Nein. Ach man, warum muss ich das angucken? Komm her. Ich konnte nicht, hä? Okay, ich konnte mich noch nicht wegbewegen. Es ist egal, wir probieren weiter, let's go. Komm. Go, 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 go. Oh, fuck. Egal, weiter geht es, weiter. Au, au, au. Yes, 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 yes. Nein, jetzt ruckelt's. Bitte nicht. Nein. Nein. Oh nein, die Hände wieder. Komm schon. Fuck, ich muss hier ganz schnell irgendwie hoch. Ah, ha, 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 ha. Bronkis, danke für eine Falle. Oh, ha, 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 ha. Scheiße. Komm, go, 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 go. Fuck. Äh. Nein. Egal, wir ziehen durch. Und wenn man sterbe, ist egal. Ist völlig egal. Ich muss das aber jetzt irgendwie hinkrennen, dass der noch rauskommt. Steh auf. Ey, was? Okay, warte. Andersteil, jetzt muss ich hoch. Ich muss jetzt hoch. Ich muss hoch, muss hoch. So, jetzt holen wir, ne? Ich lauf mal lieber, weil, äh, ausdauernd so. Der muss uns unter die Erde prügeln, damit wir, warte. Damit wir irgendwie an unser Wegel schon wieder kommen. Hoffentlich. Ist jetzt einfach mal so, ne? Theoretisch könnte es funktionieren. Praktisch, ich weiß nicht. Okay. Ganz kurz. Nur, dass wir ein bisschen mehr Lebe haben. Direkt beim zweiten Schlag jetzt, ne? Ja. Sterbe. Muss hier nicht sein. So, let's go. Der sollte jetzt da vorne irgendwo sein. Wir müssen... So ist er. Wir müssen den triggern. Was macht der? Ey, Berdinand. Kulisch. Haschmull. Komm mal her. Kann er der Fokus auf uns? Ich glaube, es ist dringend, oder? Aber der muss uns irgendwie sehen. Oh no, jetzt... Ach, diese Legs. Fuck es, so ab. Aber das liegt am Spiel, nicht? Dann am Stream oder sonst was. Das ist halt die Kacke. Ich hoffe, dass das noch gefixt wird irgendwie. Ja. Oh, look. Na, komm. Na, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Put, put. Na, komm. Ah, man. Wir sind doch so nah am Ziel. Komm schon. Soll ich dich kurz... Fuck. War der vielleicht hier so? Scheiße. Der muss hier irgendwie raus. Wie machen wir das am besten? Ich angle da raus. Naja. Oh, Mann. War der, war der? Ich lasse nur, wo er laufe, aber so vielleicht wieder auf die Insel kommen kann. Dann wäre es schon okay. Na, geht nicht. Der bleibt jetzt, wer ich hier stecke. Ja, komm her. Komm her. Komm her. Ja, genau. Komm her. Na, komm. Ich hoffe, er wird niemals die Bären fixen. Ist es zum Todlachen? Ja. Genauso wie eine Doggo. Ich liebe es, aber irgendwie, wenn es so ein Moment ist, dann... So, ich muss gucken. Ich muss gucken. Was ist denn da los? Kollege. Komm, du kannst hoch. Was ist los? Thumbnail gesaved. Dankeschön. Komm mit. Achtung. Au. Ja, wir sind gleich doch. Wir sind mit mir Hans gleich. Wo ist es? Wo ist es? Hier irgendwo? Fuck. Wo ist die Stell? Hier. Er muss mich hier... Genau hier muss er mich schlagen. Ja, komm her. Komm her. Okay, ich mach mich schon mal ready. Komm her. Nice. Hat ja wunderbar funktioniert. Okay, Moment, Moment. Wir machen Revive. Ich muss an deine Karre kommen. Ja, ist alles egal. So, let's go. Ich will nur gucken, ob das funktioniert. Komm mit mir! Ach, jetzt liegt da... Aha, seit Kinder lädt er jetzt schon einfach so hin. Oh, scheiße. Ich kann das nur ohne... Jetzt sind mehr Bären. Warte, Mann. Rava Elo. Danke für die Verlust. Ja! Ja, nee, das ist aber die falsche Zeit. Lass mich kurz auf die andere... Warte. Jetzt... Jetzt darf ich mich schlagen. Komm. Schlaf mich. Schlaf mich, wie du mich noch nie geschlagen hast. Ich geschlagen hast. Fuck. Komm schon. Wir müssen noch weiter... nach vorne. Hier. Schlaf mich. Ich komme nicht mehr dran. Ich komme nicht mehr dran. in Waage. Ja, okay. Wir kommen nicht mehr dran. Ich muss... Ich muss lade. Ja, komm. Ich hoffe, ich habe irgendwo... Ich... Keine Ahnung, wo ich gesaved habe. Feuerwerk. Ja, bringt nichts. Wir müssen es so machen, wenn es gut ist. War jetzt nur ein Modest, dass wir... Ja, ich achte nicht so zu viel auf die Sterbe, dass es alles warst. Wenn ich richtig spiele, würde ich nie sterben. Mit deinen schönen Augen. Gravelo, der Faust-Typ ist aus, weil die Facecam aus ist. Könnte ich aber irgendwann Anemo anmachen. Wenn der Hintergrund endlich mal fertig ist bei mir. Mache ich wieder Greenscreen, dann geht es wieder Kamera, dann kann man wieder... Ja, dann kommt wieder so Faust und haut mich. So, wo war man stehen geblieben? Ach du Scheiße. Habe ich das alles hier? Warte. Ah gut, okay. Danach habe ich gesaved. Perfekt. Das ist gar nicht so schlimm. Sehr gut. So viel ist gar nicht losgegangen. So, jetzt kümmern wir uns nur um das Ziel. Höhle ausbauen. Let's go. Nichts anderes mehr. Darf mich nicht ablenken lassen. Nur noch Höhle ausbauen. So, dann lasse ich euch nochmal ein bisschen kämpfen. Genau. Oh, ich muss wegsortieren. Aber weißt du was? Ich kürze das mal kurz ab. Gucken alle kurz weg. Wie gesagt, es ist furchtbar. Das bleibt bei mir. Okay, wir brauchen die Handsäge. Schwubbel die Bob. Ja, und der Modo kann auch wieder aus. Ist egal. Ich schloss ihn dann hier. Wir müssen sie eh in der Bauern kommen. Zack. Dann haben wir, wie gesagt, einer in der Höhle und einer hier. Und dann können wir auch überall Strom benutzen. So, we need Holz. Abfahrt. Waren wir gerade dieselbe bei Monomo. Aber wie gesagt, der Karre ist halt noch buggy. Ab und zu klitscht der halt einfach durch den Bodo. Und das ist echt sad, wenn das passiert. Naja. Gibt Schlimmeres, ne? Oh. Auf meiner Stirn balanciert. So. Ja, dann sind wir eigentlich wieder so weit wie immer war, ungefähr. So, gerade Sekündige. Okay. Let's go. Cool, ich chill. Danke. So, genau. Dann den ganzen Käse wieder einsammeln. Die Blätter für die Lashings unbedingt. darf man nicht vergessen. So, zack. Drauf, 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 drauf. Oje, was ist das für Musik? Groovy. Sag mal, dass Heidstars noch. Groovy. Sorry. Oh, Mann. Es ist Freitag. Ich freue mich. So, abhacht wem Karre. Nicht gehen losse. Nicht gehen losse. Nicht gehen losse. Mir müsste, glaube ich, eine eigene Plattform für deine Karre bauen. Dass der nicht durch der Bode backt. Ja, mein Sicht spackt schon wieder. Jetzt kann ich nämlich nur links und rechts gucken, sondern nur noch hoch und runter. Quasi immer im Jahr- und Jahr-Zustand. Hä? Och, hopp. Das gibt's doch nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Jetzt ist der schon wieder verpackt. Ah. Scheiße, Mann. Okay, ich muss, nein, ich muss neu laden. Tut mal leid, aber ich muss, ich kann nichts anderes machen. Das kann doch nicht sein, dass der jedes Motorstück Bode packt mittlerweile. Na gut, ist schon länger, ist abgeranzt, das Ding ohne Ende, ne? Das gibt's doch nicht. Da muss ich irgendwas, irgendwas muss ich doch machen. Warte mal. Ich habe eine Idee. Warte, probieren wir mal aus. Gerade, ich könnte. Warte, warte, warte. Jetzt gucken wir mal. So, kacken wir gerade auf alles. Kommt, Loot. Wie gesagt, ganz kurz. Ist jetzt gerade mal egal. Ich will wissen, wie ich denn eine vage, gescheite rumhändeln kann, ohne dass der verbuggt. Ja, komm, alles, alles hier weg. So. Gut, let's go. Auf, Herr Neues. Zack. Ei, ei, ei. Alle guten Dinge sind drei, ne? Don't stop. Naja, we gave up. Schnee, 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 ab. So, das langt. Bevor ich das aber jetzt hier mache, speichern. Dann müssen wir das nicht mehr machen. Let's go. So. Oh, um Gottes Wille. Das war noch, ich muss Inventar zu klatschen. Ja, müssen wir gucken. Meine Idee wäre jetzt, deine Vage doch auf die Plattform zu machen, auch wenn er sich durch die Bode buggt. Da es Wasser noch buggy ist, können wir deine Bug mit dem anderen kompensieren. Das heißt, mir könne ohne das Wasser und könne die Vage wiederhole. Ja. Trotzdem buggt er sich halt durch, ne? Ist halt, meh. Aber, ich glaube, das ist die endliche Lösung, die man jetzt gerade irgendwie hinfällt, wo das vielleicht irgendwie saven könnte. Probier mal aus. So. All right. Let's go. Oh, stopp. Pop, 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 pop. Oh. Das ist wie im Gewicht. Aber das darf sich doch nicht durch die Bode pankel. Ja. Schon wieder. Ich kann nicht nach links und rechts lenken. Okay, es geht nicht. Ich mach nicht hier hin. Warte, jetzt geht's wieder. So, jetzt bin ich gespannt. Achtung. Oh, es geht, Mo. Sonst ist er immer durch die Bode gepackt. Nice. Perfekt. Da machen wir es halt so. Solange es funktioniert. Geht nicht immer. Das wissen wir gut. So. Oh, nee. Jetzt brauche ich die Schnittbär. Ja. machen wir denne Gelumps hier gerade weg. Warte, ich stelle die Karre hier so hin, dass das schön aufgefangen wird hier. Zack. ja, da hockt und sich einfach sauber macht. Let's go. All right. All right. ist passiert halt einfach. Lady She. Lady She. Lady She. Lady She. Lady She. zack, 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 zack. Hier sind doch die ganze Blätter. Das ist eigentlich eine gute Taktik, um die Blätter aufzufangen. Das ist gar nicht verkehrt. Müssen wir uns merken. Irgendwie als Barrikade setzen und dann wäre die dort einfach, ne, aufgefangen. Gerade die Blätter. Vor allem die Blätter. So, den Oschi haben wir hier noch liegen und da vorne, ja, da unten ist ein Opa. Das war halt Richtung Bär. Wie ich die Obacht mache hier. Gut, das muss reichen. Let's go. So. Bitte lass mich heil ankommen. Bitte. Ja, ich mache im Endeffekt momentan nichts anderes außer halt, ne, Vorbereitungen für die Base. Für die weiteren Projekte. Die Höhle. Die Plattform. Warum ist der Strom an? Ach so, wir haben ja neu geladen. Shit. Gleich Generator ausmache. Oh ne, die Spritverbrauch, das ist alles, das kostet alles Geld. geht. Das ist mir nicht. Ist aber okay. Ist aber okay. So, let's shoot. Ja, komm. Noch ein Touren, dann ist gut. Dann können wir weiter bauen. Hoffentlich. Fonky, Fonky. Äh, ii. Mach das nett. Ja, genau. Das wollte ich mal. So. So, denne noch. Vielleicht noch denne, dann ist auch wieder okay. Hier, das Land. Alter, genau die, genau die. Ja. Oh. 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 Ah, nein! Warte, nein! Och, tschüss! Ach, egal. Wie kommt denn jetzt du her? Ja, die Bäre fühlt sich hier wirklich wohl. So, obacht! Mal kurz wieder was Geschmeidiges an. So. Ich bin echt froh, dass ich die Probleme in meinem Spielstand nicht habe. Ja, das kann jeden betreffen. Es sind halt noch kleine Bugs. Früher oder später kommen... Was war denn das? Früher oder später kommen sie. Genauso wie hier dieser Bizeps-Move. So sieht es in mir aus. Leer. Und what the hell? Ja, das Ding ist neu, aber ja, ist Early Access. Es ist immer noch buggy, aber mach doch nix. Ich bin froh, dass es überhaupt existiert, dass man dort mit ein bisschen werkeln könnte. Auch wenn es noch buggy ist, wie gesagt, ist das egal. Nur ist es halt nervisch, wenn es unter der Map ist, dann... Ah, es ist... Rrrr. Kann ich nix machen. So. Ach, komm, noch eine Tour. Komm. Let's die. Wir brauchen sie halt. Wir brauchen Stimme. Dosebär und Obacht. Der Obbel ist auch noch einer, oder? Ist das einer? Oder ist das ein Stein? Das ist ein Stein. Okay. Aber das trifft sich gut. Dann können wir hier nämlich gerade so... Das ist kein Stein. Das ist ein ausklippiger Stein. Ja, kleb. Ich hab wirklich gedacht, das wär Stein. So, warte, warte. Ja, ruckel, ruckel. Genau. Mach dein Ding. Oh my god. Was für eine... Ja, komm, scheiß drauf. Ja, wir machen jetzt hier Mine-Action. Höhle-Action, wenn ich. Ihr wisst was, Schmin. Handsäge. Auch diese kleine Ruckler, ne? Ich kann machen, was ich will. Ist... Ja, wie gesagt, ich vermute, es ist die Physik und generell halt jede ganzen Items, die da rumfliegen. Okay. Deswegen muss das Zeug... Es muss Transfer... Es muss irgendwie, ja, konvertiert werden zu... Icons halt. Die irgendwo im Schrank rumgammeln. Genauso wie durch Strom, ne? Generatum ausmache. Warte. Zack. Den nenne ich jetzt auch mal mit. Genau wie diesen hier. Na gut, dann halt nicht. Okay. Den kann ich nämlich gerade da vorne innen setzen. Hier. Zack. So. Normal wollte ich heute die Brücke fertig machen und so. Dann halt beim nächsten Mo. Also, was ist beim nächsten Mo? Moje wahrscheinlich. Ich will ja auch nochmal... Entweder bis hier früher oder... Je nachdem, wie es aussieht. Weil ich ja auch wieder mit Survival strebe und danach halt wieder Scum. Da haben wir was Geiles vor, weil es gab ja ein großes Update in Scum und so... Werden wir wieder zusammen Spaß haben. So. Äh... Schnuppidi-buppidi-bupp. Ja, komm. Mhm. Einen hab ich noch. Einen hab ich noch. So. Da, 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 da... So. Langt's vielleicht grad? Das ist halt... Warum kann ich mal nicht so überleben, da einfach auf den Buckel schnalle? Als extra Inventar. So. Warte. Gut. Jetzt aber. Jetzt geht das. Endlich. So, das heisst. Ich baue das jetzt einfach alles. Also ich baue es schon mal vor, auf jeden Fall. Wir brauche hier... Zack. Generator. Der kommt geschmeidig hier in den Ege. So, dann brauche ich mal... Schnippidi-Bubbidi-Bubb. Schnipp-Schnabbi. Wir brauche hier für die Erze ein bisschen was. Ich baue das wahrscheinlich nochmal anders, für den Anfang langsamer, wenn ich es so mache. Hauptsache, wir kriegen die Materials immer weg. Die Schränke kann ich hier später immer noch wegbewegen, also... Ja, das ist easy. Drei. Machen wir noch einer? Na? So, gerade so, ne? Kann ruhig ein bisschen krumm sein, das ist auch okay. So, und dann brauchen wir hier halt eine ganze Art voll Holz und alles, also Bretter und so. Okay. Alles, was wir hier gerade nutzen können, nutzen wir. Ja, schmiede sich immer noch was drin zum Innenschmel, sondern das ist halt, ne? Für die, für die, für die Zahnräder und alles später. Wie gesagt, da brauchen wir ja auch wieder sechs Stück, für den Generator. Aber alles Stück für Stück, ne? So, dann kommt das Lager nämlich mal langsam leer. Ja, also das provisorische Lager ist hier noch nicht unser richtiges. Mein richtiges Lager wird hier auch komplett eigen, die Plattform mit Wände und Etage und was weiß ich. Das dauert noch. Jetzt erst mal Components und Bretter brauchen wir. Und was dringendet, verkehrt.